ok da sind wir wieder mit einer weiteren folge resident evil 5 für euch war es nur ein mausklick für uns war es nur ein paar minuten wir sind im verwaltungsfenster und erstmal den ganzen schrott den wir gefunden haben verkaufen oder und sachen auftunen und was weiß ich wieder beide meine beiden co-partner juri beuger und kage yoshi lp beide mit lp am ende ja doch wo ich kann nicht kann man die munition nicht entfernen sich gerade was ich gern mache ja dann heißt so ballern wir mit der pistolen in der weise ich bin eigentlich fertig was mit dir doch doch ja okay ach so ich habe gar nichts verkauft ich verkaufe 31.000 ich habe eigentlich keine großartige verwendung mehr für mein geld merken hier habe ich noch so alle meine wachen sind völlig auf geht hier und das ok so könnte noch die magnum hier die ich gekauft habe damals noch verkaufen nicht verkaufen verbessern egal fertig dann los so jetzt muss jetzt mal die karte angehen damit ich weiß wo geht es weiter es geht da weiter bloß nicht übersehen nach diesem kapitel kommt glaube ich schon sechs punkt sechs strich eins und hier ist noch was noch ein kleiner schatz den gestalten wir uns auch hier ist müsse noch irgendwo glaube ich ding ins pistole maschinengewehr munition für dich hier rumliegen da liegt sie hier oben drauf wunderbar aber das ist fünf strich drei ne ja jetzt habe ich was vergessen mit zu nehmen egal machen wir dann später was das was wir bei deinem let's play gemacht haben das was neben dem computer lag nein 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 achten wir das dann dort hinkommen machen wir es das kannst du ab jetzt kannst du munition nehme ich habe mehr als genug das finde ich auch einheitlich manchmal hat man zu viel und manchmal gar nichts ja und wenn man irgendwie das gefühl hat zu viel zu haben ist man schneller wieder pleite als was man denkt bloß nicht zu weit gehen ja was geht mit den ab ja schweine ja meine güte der hört gar nicht mehr aufzuziehen ja wenn der grüne laser kommt dann fängt er an zu schießen ja und zwar zweimal ja er ist mir auch aufgefallen immer drauf aber der zieht noch ohne kopf das ist ein bang glaube ich ne das sind die letzten nerven glaube ich über ein hühnchen oder so ach das geht ach ich treff nicht schöner headshot ich freue mich schon auf die präzision die ich gleich habe nicht einlaufen weil da kommen gerade noch mehr ja ich sehe es gerade aber das interessiert mich nicht hier ist was drinne hier ist Zeugs drinne das Surinenscharfschützengewehr links geh raus Elektrogranaten da ich nicht die Kraft habe brauche ich das nicht aber das Zeug liegt immer hier das das du hast du eine Blending ne ne ach ich habe oft zu viel kreis du hast deine Weckelschwissen gehabt ja das war ein Fehler ja stimmt warte ich will erstmal den da hinten loswerden hast du die Azipa mal eingepackt? was? nein das habe ich nicht hast du nicht? achso nein ich habe aber einen hinter ihn erwischt was ist das denn? ach da kommt noch einer von rechts ach so da kommt Dora juhu jetzt hat sie ihren Kopf verloren können wir weiter? hier fallen hier seht ihr schon hier sind wieder diese Eier hier oben das heißt die Kakerlaken sind nie weit entfernt ich glaube beim Veteranenmodus fallen 3 insgesamt hier runter der fällt auf jeden Fall der wackelt schon so eigenartig warte 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 noch nicht dicht da ist irgendwo noch so ein Spacken da wusste ich es doch wieso schieße ich immer? oh mein Gott zweimal gegen die Stange geschossen die so dünn war ich habe keine Lust dass die uns abknallen wenn wir mit diesem Viech beschäftigt sind weg hier na los komm her wir müssen uns so gut hier sehen na los komm her wo bist du hin? lässt du mich allein ne? ja komm wir dürfen nicht zu weit sonst haben wir keinen Platz mehr zum weg laufen ach du sagst das zeigt schon das Bräuch hier oh ne lauf 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 oh Gott das wird scheiße oh wo ist denn das ist so verschwommen dieses Viech ne wenn er das macht dann glaube ich kann man das nicht oh mein Gott ja diese kleinen Eiterblasen die das Viech hat das ist am empfindlichsten und ich habe da was anderes gesehen der Reaper ist ganz gefährlich ok ja man ist ein One-Hit bei dem ist ja das doofe ja aber der hat ja wenn er so aufrecht geht so vier solche wie nennt man das vier Arme wenn die zwei hält er sein Opfer dann fest und wenn die andere zwei ersticht das permanent wenn man glaube ich nur einen Arm von ihm weghaut dann ist dieser Instant Kill nicht mehr möglich ok wusste ich gar nicht aber er hält wenig aus oh mein Gott ich habe es gewusst das Ei hat schon so dämlich gewackelt aber manchmal kommt der raus und manchmal nicht fällt mir auf lass ihn von mir versuchen oh ich habe getroffen oh ich hasse ihn der furzt da rum und dann sehe ich nicht mehr oh jetzt gehörst du mir oh mein Gott oh mein Gott ah nein er hat mich das war wie schnell hat er mich denn gepackt der war noch grad dann na wenigstens sieht man jetzt wie nun stirbt man ach das ist immer die Ausrede von jedem Netzplayer ich kann wissen wie es mein Rückkontrollpunkt ist ach sei er denn da haben oh mein Gott wir dürfen hier wieder anfangen tja sie sollten sich mal eine Scheibe von Ubisoft abschneiden ja zum Beispiel God of War Assassin's Creed das Ding mich gleich erwischt hat wir haben doch bestimmt so 5 Arme oder so weggehauen ich glaube der hat 6 der kann 10 haben aber der darf nur 1 verlieren auf wenigstens stellen die sich jetzt etwas dümmer anhalt das war jetzt zwar die brutale Weise aber dafür ging es schneller ja endlich hier liegt Munition und nicht mehr ganz unnötige Knete ich glaube die Elektrogranaten sind noch immer hier drin ja wir sind noch immer hier drin da kommen wieder welche ach muss der Typ laufen na komm mal hier komm mal hier ja jetzt kommt der ey jetzt kommt der jetzt leiperst du die ja die kommen alle durch den Gang ja die kommen alle durch den Gang rechts oder den da hinten kriege ich auch noch ach oh mein Gott ich bin so blind hast du ihn erwischt? ja mit der Shotgun hast du ihn erwischt? ach ich der stirbt doch mal hier jetzt ist er tot da läuft noch die Musik das heißt irgendwo müssen noch welche sein so Leute es kann auch sein dass ihr habt ihr gesehen welche Reihenfolge wie die Kakerlaken gefallen sind wie so der Reaper kann auch es kann auch sein dass der hier zuerst runterfällt ist immer eigentlich unterschiedlich ja das sieht man an den Buckeln er ist extrem wackelig so wie der das Spiel passt doch eigentlich gar nicht da rein oder? komm da rüber oh weg da weg da weg da weg SPRING! ich hab mich nicht wir gehen ein Stück zurück boah das sieht man echt gar nichts nee das ist ja das Dope oh mein Gott da ballert mich irgendeiner von der Seite ab ja war klar der Typ trifft mich aus der Entfernung ey der hat Diozepam anders gibt's das nicht ich stell mich hier hinter die Wand doch noch das doch viel ärgerlich vor ja tot woher ich bin durchgekommt das war knapp das war knapp das will's vom die kommen jetzt komme ich mal mit der guter hier ich hab mir doch genau das geschossen das dreht so durch das kann ich nicht töten ist er tot? stirb wie geht das wie ist eh? aber ich hab das hat mich nicht so genäfft dieser Drecksack dort hinten mit dem Munition aus wo ist der Drecksack? warte hier wo bist du? da bist du aber irgendwo ist hier noch einer ja ich weiß der Drecksack hat mich angeschossen mann und dann hat jeder Schuss gesessen aus dieser Entfernung wo ist der Typ? ach ich seh ihn schon ich seh diesen Sack ich seh da nichts aus hier das ist ja toll und keiner hat nen Kraut ich will die hintere Nachladen keine Munition voll so ein Bug ich hab das Geld aufgehoben und ich hab nichts bekommen warte komm ich heil dich mal ne ich hab ja gar nichts da liegt ein grünes Kraut aber ist ne Falle ja ich weiß schaff ich's ja nur zur Sicherheit ist eh ein Instant Hit aber egal naja stimmt ja so läuft man schneller hä? sollen wir durchlaufen? nee ich glaube das kommt dass du ja nur von der Tür äh wieder raus gehst das war auch mal bei mir als ich das durchgespielt hab kannst du dich noch erinnern Kaiyoshi? oh das war dämlich dämlich dass ich das grüne Kraut verbraucht hab weil ich hier ein rotes ist und hier ne neue Sniper ich schnapp mir auch schon ja Kaiyoshi hat grad nur den Hebel umgelegt damit das Ding wieder mit Strom läuft äh komm ey wo bist du? da ich hab sehr wenig Munition äh Leben durchlaufen äh wie ist das? oh hinter dir lauf weiter lauf weiter ah dachte ich mir ich glaube erst immer wenn der zweite Spieler rauskommt oh rüber komm rüber komm rüber rüber okay so hier ist okay so können wir jetzt gleich um die Ecke schießen der ist aber schon da das ist ein bisschen ja eigentlich mit der Sniper boah da rennt voll schnell okay Hydro ja wir müssen ihn ent boah ich mag das nicht was siehst du das was der da macht? Darm verblasst wieso triffst du dich? ahhhh ja 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 ja